So, Hallihallo und herzlich willkommen und willkommen zurück auch an die Rundfunkanstalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sorry für den Abbruch gerade eben, ich habe auszusehen meinen Streamlabs OPS geschlossen, statt das Scheiß mit dem Online-Spiel, das ich aufgehangen hatte. Ja, jetzt geht es hier weiter mit einem neuen Spiel, ARC. Ich habe heute mal eine kurze Viertelstunde reingeguckt, offline. Das ist ganz witzig gemacht, aber es ist tricky. Ich trage mal ein lokales Spiel. Was ist denn ein Prozedural? Keine Ahnung. Das ist ein Prozederal. 1, 2, 1, 1, 2... Oh, das geht ja schnell, schon drei Prozent. Wahnsinn. Keine Ahnung, ob der jetzt den Silber erstellt oder was der jetzt macht. Ich sollte dich daran erinnern, dass du deine Musik da drauf hast. Ja, genau so. Ich bin dann hier. Ich bin dann hier, dass wir jetzt schon mal Zöpfchen machen. Oh. Wie viel lang gestopft, die kleinen Wechsel? Ja. 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 Es war ein halb� Ah, erst mal die Karte erstellen. Ich habe üble Frame Drops, ganz schön. Ich hoffe, es passt an dich. Ich brauche mir einfach eine E-Mail, ha. So. Palm. Wo Kraft kaum laufen könnte jetzt. Aber hier haben wir im Wappel. So. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist schon mein craft style da fischte switch, hi fish spiel meine freude spielt hunky shark auf die switch hunky shark war hört da spiel ich auch, allerdings habe ich die base für euch guck mal hier läuft ein 3-Zeratrupps rum vollgetailliert ist die oh so eine große Verzögerung ich würde mal interessieren wenn man die zähmen kann irgendwie kann man die doch hallo little Hedwig Ksch Tsunami kennst du dich mit argen bisschen aus? suche dich little Hedwig weißt du wie man Dinos zähmen kann ich bin hier ganz neu in das spiel ich würde in 3-Zeratrupps zähmen und schon drauf umreiten du kannst bestimmt vom Puri rüber oder? so hört ihr sein können Ich muss mal gucken, dass wir... Lagerfeuerbau oder sowas oh shit oh shit ach der ist level 1 wenn ich hab den level 2 gelesen shit haha ups ist halt alles weg was ich gesammelt hab im Prinzip wie du Minecraft auf die spielst auf survival oder sowas oder sowas oder sowas oder sowas oder sowas oder sowas ach und wie liegt sie in den Tau zum zähmen hm 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 Ach, Nahrung ins Inventar. Äh, äh, shit. So, wie denn? No. Hm. Ja. 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 Ja! 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 Killing over the food bar. Ich auch nicht. Ach, kam die Meldung auch schon im Diskursatz oder was? Sehr freundlich. Darfst du mal wäschen? Ich ja, aber ich glaube, im Stream hört man nicht. Ja, ich weiß nicht. Lädt Steam irgendwas runter. Weiß es nicht. Bei mir ist es manchmal so, wie ich Blizzard offen hab. Das hast du ja auch nicht offen. Vielleicht wieder damit mitteilen, dass... Wenn du nicht Switch spielen sollst, sondern am PC. Keine Ahnung. Selbst. Ich weiß nicht, wie ich es nicht offen bin. Ich weiß nicht, wie ich es nicht offen bin. Wollt ihr das vom PC oder? Ok Äh, hast du den Läutchen noch offen? Hm, dann weiß ich auch nicht. Ja! Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen, keine Ahnung. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. Ah, ich wüsste, wie das geht mit dem Zähmen. He, er ist das steil in dem Ring. Hm... ... ... ... Das war's. Das war's. Oh shit, direkt in unserem T-Rex gesprawn. Fuck, was geht denn hier? Alter. Rastet da irgendein Mammut noch. Mammut und ein T-Rex am Kämpfen. Oh, alter Schmierer. Direkt einen Knauchenbruch gekriegt. Hä? Wobei, dein Lüfter auch zugeschaut ist, ne? Ja, aber halt nur, ist du nicht. Ja, ist... Ich meine nur. Ja, gut, muss ja auch gerade einiges lassen. Okay. Ich meine es aber immer so. Keine Ahnung. Ah, der Kempf, sagst du mir doch, was ist denn los mit euch? Entspann mal. Mit Fleisch weißt du untereinander ein bisschen zu vertragen. Ah, der Kempf, sagst du mir doch. Ach, komm schon, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Soll ich sein. Level 2 ans Haft. Ist das nur die 54? Ja, ist auch schon mit Kämpfen, glaub ich. Oder? Hm. Mein Herr sch� Kaye. Mir scheint's gebürt zu sein. Was ist das vor? Ich meine, es ist ja auch mit der Kempf, sagst du mir doch. Aber du ORGерisch beeilerst, ne? Whoa! Oh, ichah. Wie? éc 꿈st du nach ihnen? Wie ist das? so innerhaft die Kempf, oder? Wie ist das? Ja? Wieisti'RE dusty? Du? ACH KOMM SCHON! Nee, jetzt hat er keine Bock mehr. Echt, so ein scheiß Spiel. Jetzt hat er gar keine Chance rein, wenn du da rumkackst. Mal gucken, was ich denn spiele. Ich habe eine Warte in die Mitte, wenn du da rumkackst. Ich weiß nicht, wie es denn fiel am Ende ist. Aber ich werde diesen Schritt nicht mögen. Ich habe die Mitte, die Mitte depuis so are you. Das ist ein Stück weit weg. Es ist ein Stück weit weg. Jetzt kenne ich die Mitte, ich sehe, das ist ein Stück weit weg. Ich habe die Mitte, keine Zucker. Ich habe die Mitte, die Mitte glaube ich gerne mich. Ich nehme mich, Depending nicht um die Mitte. Ich werde nicht um die Mitte. Ich werde mich nicht um die Mitte backen. Ich bin mir ein bisschen freundlich. Ich bin mir nicht mehr freundlich. Ich kann es nicht mehr freundlich, aber nicht mehr freundlich. Ich kann es nicht mehr freundlich. Ich hab quasi viel rechts, ne? Hm, spiel ich denn mit? Warum denn? Okay, dann tut sie ja eigentlich nichts mehr so richtig. Dann zeig ich jetzt auf jeden Fall, tschau mit Frau. Auch wenn die Rundfunk entscheidet, ist er in der Schweiz. Ähm, sorry für den Fail-Stream jetzt. Aber, ja, muss auch mal sein. Ich lade das Video trotzdem auf meinem YouTube-Kanal hoch vom Stream. Ähm, dort heiße ich so hier auch mit den vielen Namen. Danke euch fürs Zuschauen bis hierher. Und guck mal, vielleicht gibt's jetzt noch einen kleinen Dead by Dead als Stream. Nach längerer Zeit mal wieder. Oder... Ja, Witcher rentiert sich ja eh nicht mehr. Ja, genau. Stimmen wir jetzt immer auf? Jo! Jo! Also Ho! Go! Vielen Dank.